Hi, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Philipp Ruhland, psychologischer Psychotherapeut, Paartherapeut und Traumatherapeut aus Saarbrücken. Und heute mache ich ein Video, wie du selbstsicherer werden kannst. Das Thema Selbstsicherheit ist ein Thema, das in jeder Therapie, wirklich in jeder Psychotherapie, die ich mache, selbst in der Paartherapie, auch immer seinen Platz findet. Und ich fange auch gleich mal mit einer Selbstoffenbarung an. Jetzt könnte man denken, der Ruhland hier macht YouTube-Videos, hat ein Instagram-Profil, Facebook und ist voll der selbstsichere Typ. Das stimmt aber nicht von der Grundannahme her. Eigentlich bin ich ein ganz scheuer, ruhiger, zurückhaltender Mensch und habe ganz viel, auch früher, Probleme gehabt mit so Daily-Business-Sachen. Sachen umtauschen, wenn sie mir nicht gepasst haben an Weihnachten oder im Restaurant, Essen, das nicht gut ist zu reklamieren. Da habe ich mir ungeheuer schwer getan, so alles, was Verbraucherrechte sind oder so ein klassisches Männerding nach dem Weg fragen oder so. Ich hätte mir lieber die Zunge abgeschnitten und wäre zehnmal um den Block gefahren, als einfach mich nach dem Weg zu erkundigen. Und das ist so ein Thema, das ist immer so ein Beigeschäft in Therapien gewesen. Ich musste das auch in meiner Ausbildung als Verhaltenstherapeut, musste ich ganz viel auch mit Patienten so Selbstsicherheitstrainings machen, im Supermarkt einkaufen gehen, Sachen wieder vom Band holen. Und in der Arbeit mit Patienten ist mir aufgefallen, wie unselbstsicher ich manchmal noch bin. Und hier kann ich euch noch eine lustige Anekdote erzählen, dass meine Ausbildung in eigener Selbstsicherheit noch nicht abgeschlossen ist. Das hat sich vor ein paar Wochen zugetragen. Wir waren im Schwimmbad mit den Kindern, ich, meine Frau und die Kinder. Und zwar einer der ersten heißen Tage. Wir haben so ein süßes, kleines, schnuckliges, lokales Schwimmbad. Und die haben in so einem Bau, wo es dann die Getränke, die Würstchen und Eis und sowas gibt. Und vor diesem Bau hat sich eine lange Schlange gebildet. Und meine Frau hat gesagt, geh dusche mal mit den Kindern, ein Eis holen, ich bleibe noch kurz auf der Decke, du kannst ja dann gleich wiederkommen. Ich mich dann mit beiden Kindern in die Schlange gestellt und die Schlange ging und ging nicht vorwärts. Ab und zu habe ich aus dem Augenwinkel beobachtet, wie ab und zu ein paar Mädchen und ein paar Jungs sich an der Schlange vorbeigedrängt haben. Und direkt wieder mit dem Eis da rausgegangen sind. Ich wollte schon rummurzen, habe aber dann auch den Mund gehalten und die Schlange ist nicht vorwärts gegangen. Und irgendwann kam meine Frau vorbei, die für mich ein Modell an Selbstsicherheit in so Consumer-Sachen ist. Und hat mich gefragt, wieso ich eigentlich immer noch da stehen würde, das wird ja so ewig dauern. Ich habe gesagt, ja, es geht einfach nicht weiter, aber komischerweise, die Mädels drängen sich immer vor. Meine Frau direkt ganz höflich, gut, das da kann nicht sein, hat unsere Kinder in die Hand genommen und hat gesagt, sich an der Schlange vorbeigedrängelt, hat gesagt, Entschuldigung mal bitte, ich muss mal hier kurz was klären. Würden Sie mich mal kurz vorbeilassen? Und hat sich in den Inneren des Gebäudes begeben. Hätte ich mich persönlich nie gewagt, mich wahrscheinlich zu Tode geschämt. Und es hat keine 20 Sekunden gedauert. Meine Frau streckt den Kopf aus der Tür, sagt zu allen Beteiligten, hört mal zu Leute, es gibt zwei Schlangen. Es gibt eine Eisausgabe und es gibt eine Ausgabe für warmes Essen. Die Schlange hat sich aufgelöst. Eine Schlange ist zum Eisstand gegangen und die andere Schlange ist zu den warmen Speisen gegangen. Ich hätte noch 20 Minuten länger in der Schlange gestanden, mich meinem Schicksal ergeben. Und meine Frau, die einfach von Natur aus selbstsicher ist, die einen sehr selbstsicheren Vater hat, hat das von Kindesbeinen angeübt, ist da ganz souverän mit den Kindern an der Schlange vorbei und hat für alle einen Benefit rausgeholt, indem sich die unmenschlich lange Schlange in Wohlgefallen ausgelöst hat. Was will ich damit sagen? Selbstsicherheit ist eigentlich die Fähigkeit, im öffentlichen Raum für seine privaten Belange in adäquater Weise einzutreten und sie zu vertreten. Also Selbstsicherheit ist nichts Rücksichtsloses. Meine Frau war in dem Moment nicht rücksichtslos, war höflich bestimmt, ist kurz vorbeigegangen, hat den Leuten erklärt, was sie gemacht hat und ist in adäquater Zeit wieder rausgekommen. Selbstsicherheit ist kein rücksichtsloses Verhalten. Also wenn ich am Buffet mich immer im Vordrängel, mir den Teller vollschippe, auf einen behinderten Parkplatz fahre, ist das nicht rücksichtslos. Das ist das, was man als landläufig rücksichtsasozial bezeichnet. Also ein selbstsicheres Verhalten ist das Vertreten eigener Bedürfnisse in einer adäquaten Weise im Einklang mit den Bedürfnissen anderer. Selbstsicherheit unterscheidet sich vom Selbstwert dadurch, dass es um soziale Interaktionen geht. Der Selbstwert ist ein viel globaleres Phänomen, dazu mache ich noch ein gesondertes Video. Selbstwert ist immer dann, den Selbstwert nehme ich überall hin mit. Selbst wenn ich mit mir allein bin, kann ich unter meinem mangelnden Selbstwert leiden. Selbstsicherheit zeigt sich im großen Rahmen in meinem sozialen Auftrieb. Jetzt kommen wir aber zu der spannenden Frage. Wie kann ich denn meinen Selbstwert trainieren? Mir ist jetzt an dem schönen Beispiel aufgefallen, dass ich meinem Selbstwert noch was machen können, weil ich hätte ja auch selber auf die Idee kommen können, an der Schlange mal höflich vorbeizugehen und zu fragen, was da eigentlich wirklich los ist. Also wenn man sich irgendwann klar wird in einer Eigenanalyse, wo man Selbstwertprobleme hat, das sollte man sich zuerst mal klar machen. Also ich kann sagen, in der Schlange in Zukunft werde ich mal, wenn sie unendlich lang ist, klären, was da wirklich los ist. Also man sollte immer zuerst eine Analyse betreiben, hat man ein Selbstwertproblem und warum hat man es? Viele Selbstwertprobleme sind einfach gelernt, dass man keine Modelle für Selbstwert gehabt hat. Ich zum Beispiel habe eine Mutter gehabt, die nicht sehr selbstsicher war. Ich habe kein so Modell gehabt für Verbraucherrechte und Durchsetzungsstärke. Oder es kann auch schlimmere Hintergründe haben. Dann ist das eher was für einen Psychotherapeut, wenn man in der Kindheit permanent beschämt, emotional misshandelt worden ist, geschlagen worden ist, haben die Leute, bringen die entweder ein sehr rücksichtsloses Verhalten aus oder werden ganz selbstundlicher. Kommt man also dazu in der Analyse, wo das Selbstwertproblem her ist, muss man für sich ein gewisses Set an Situationen definieren, die man gern ändern wird. Also für mich, habe ich gerade schon formuliert, ist es in Schlangen, in Warteschlangen, die unerklärlich lang sind, mal zu klären, was da los ist. Was für mich auch ganz wichtig war, war so Umtauschrechte. Also ich habe ja lieber Sachen im Wert von 50 Euro liegen lassen, statt sie umtauschen zu gehen, was ich mittlerweile immer mich dazu erziehe. Also ich habe so ein gewisses Set an Selbstsicherheitssituationen, an denen ich immer arbeite, weil ich das auch mit meinen Patienten machen muss. Und ich muss ja innerlich auch mit einem guten Beispiel vorangehen, wenn ich das meinen Patienten beibringen will. Also immer, wenn ich irgendwas Falsches geschenkt kriege, stelle ich mich der Umtauscherei. Immer, wenn ein Essen im Restaurant schlecht ist oder mir nicht schmeckt oder kalt ist, reklamiere ich das. Früher hätte ich es gegessen. Und so sind so gewisse Situationen, die ich mittlerweile immer wieder übe. Der zweite Punkt ist, sucht euch ein Modell für Selbstsicherheit. Ich konnte durch meine Frau, hatte ich so ein Modell in Selbstsicherheit, die wirklich überall ihre Verbraucherrechte durchsetzt, sich erkundigt, nach Beschreibungen fragt. Und ich stehe immer nur da und denke, hoffentlich ist es gleich vorbei. Habe mir das aber ein bisschen von ihr abgeguckt und übe das auch. Also ich konnte an meiner Frau tatsächlich, weil es bei meinen Eltern nicht so war, sehen, wie Selbstsicherheit geht. Also wenn ihr irgendwo in eurem Umfeld ein Modell, wo ihr denkt, dass ihr eine selbstsichere Person habt, dann fragt die, wie die das macht oder geht mit und guckt euch das an. Habt ihr das nicht? Ist es auch nicht schlimm? Dann stellt euch eine Situation vor, wie man das als souveräner Erwachsener machen würde. Also ich komme ja auch ganz oft in Therapien, in Situationen, die ich bis jetzt so noch nicht hatte und versuche, einen selbstsicheren Umgang damit zu kriegen. Also ich stelle mir ganz oft vor, wie könnte man das lösen, wie könnte man das machen und probiere es dann einfach aus. Und hier kommen wir zu dem aller, aller wichtigsten Punkt bei Selbstsicherheit. Das ist eine Übungssache. Also ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, diese Umtauscherei, weil ich das immer mit Patienten üben musste, also Bänder im Supermarkt abräumen, habe ich angefangen, das zu üben. Und ich habe selber immer gemerkt, wenn ich was umtauschen musste, wie ich rumgestammelt habe oder so. Und ich habe dann angefangen, immer mir innerlich das Ziel zu setzen, nee, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich schulde das auch meinen Patienten, dass ich das kann und habe das angefangen zu üben. Selbstsicherheit ist Übungssache. Genau wie hier YouTube Übungssache ist. Die ersten YouTube-Videos von mir waren ein einziges unsicheres Gerede. Und ich merke jetzt, wie ich bei dem regelmäßig YouTube-Videos produziere, immer sicherer werde. Also es geht bei diesen ganzen sozialen, interaktionellen Dingen immer um Übung. Üben, üben, üben. Wenn ihr euch also klar werdet in der Analyse, ihr habt ein Selbstsicherheitsproblem, dann sucht euch ein Modell oder stellt euch vor, wie eine Situation gelöst werden könnte und dann übt die. Also das ist wirklich klassische Verhaltenstherapie. Selbstsicher wird man nur durch Übung. Wie man nur kräftiger wird, wenn man Krafttraining macht. Oder wie man nur gute YouTube-Videos und flüssige YouTube-Videos produziert, wenn man es regelmäßig macht. Hier ist wirklich die permanente Übung über Zeit der Key für die Situation, der Schlüssel, um selbstsicher zu sein. Wenn dir das Video gefallen hat, war heute mal so ein Übungsvideo, dann lass gerne einen Kommentar da. Abonnier den Kanal, gerne auch meinen Instagram- oder Facebook-Kanal. Du unterstützt meine Arbeit damit sehr. Und gerne auch bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zusehen.